Hey meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Splatoon im Prä-Wattkampf und zwar tun wir jetzt wieder eine andere Waffe spielen wieder mit den gleichen Leuten aber hey weil ich jetzt einiges nacheinander aufnehme deswegen letztes Mal haben wir die Quasto gespielt ich weiß nicht was ich jetzt nehmen soll ich will meine Waffe ich weiß nicht ich hab Angst vor die Snipe weil ich will die nicht ich würde mal sagen wir nehmen mal die Airbrush im Nahkampf ist die gut aber von weitem nicht so da ist sie nicht so gut im Skatepark wieder mal eine andere Map ich glaub die haben wir noch gar nicht gehabt glaub ich ich glaub ich werd gleich mal die Maps einstellen im Revierkampf ist ja nicht sehr gut weil die überall rum weil die Feuerkraft sehr hoch ist und nicht gerade Linie zieht sondern so ein bisschen anders hat sich die Tintenmine hat sich Tintenmine ich leg mal da einfach eine hin ist mir egal es gibt natürlich bessere Plätze ne das ist klar ne du tötest mich jetzt ich hätte nicht gedacht dass da jemand reinläuft ich dachte eigentlich das wäre so simpel aber okay da läuft da jemand rein so Benni tut hier ein bisschen Snipern das ist schön und ich lauf direkt ein ich glaub das hat ziemlich gesehen oder war das jetzt einfach nur random das wird mich jetzt interessieren wenn das random gewesen ist das finde ich nicht so toll Mann wie war wieder Tintenminein orange führt das finde ich nicht okay ja Lava nicht was mich nicht getötet kannst du mich wenn ich schießen oder was ich bin weggegangen ich hab Videobeweis ich hab Videobeweis mal ich hab Videobeweis läufst du da wieder rein das wäre richtig geil ja ernst mach ich das halt so hier ne Tintenmine könnte auch gut sein boah alter als angemerkt das ist das erste mal dass ich mit einer Erbranche spiele ich hauptsächlich nur den höh ich wieder hoch machen okay da waren Gegner erstmal neben mir geh weg der kommt natürlich da hoch jetzt oh war das knapp ich will dich verlieren Leute kein Bock nico pass auf ich töte dich auch noch werten was schaffe ich noch in 30 Sekunden wo bist du wo bist du da oben ja genau kommt da zu zweit alter ich will nico töten in den letzten 20 Sekunden mein Gott oh ich hätte den töten können aber lol ich hab grad ernsthaft mitverfolgt wie da ein in inferno mit geht egal geil ich glaub ich kann ja nicht ich färb einfach mal runter wow ich glaub wir gewinnen lol hey alles klar ich glaub weil ich einfach so überall rum ja von da oben äh ja da kann man echt gut wow wir haben in 10 Sekunden alles gewendet 55,5 zu 34,8 wow das war geil als das das ist mit dem okay das war nicht geil dass ich damit in den inferno geflogen bin das sah geil aus das sah nice aus so Operation Goldfisch ist das euer Ernst? ist wieder eine Unterzahl ich warte wieder 10 Sekunden 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jetzt klappt das irgendwie nicht mehr mit den 10 Sekunden hab ich das Gefühl oder muss ich denselben Satz sagen oder es joint jemand noch in den letzten 10 Sekunden nö hilft nicht das war mal nur ein creepy Moment wow ich bin in Unterzahl hm schwer dass ich wollte ja ja ich wollte doch die Map anpassen ich glaub hier hatten wir noch gar nicht Operation Goldfisch auf dieser Map glaube ich nicht das hatten wir noch nicht soweit ich weiß nee hatten wir noch nicht oder sag mir mal wenn ich falsch liege ich glaub wir hatten Operation Goldfisch nicht bei dieser Map oder ich hab grad irgendwie weiß ich nicht auf jeden Fall hatten wir Revierkampf da Turm und Herrschaft glaub ich auch Nico weiß nicht was er nehmen soll so hm was soll ich nehmen Benni 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 ok hm ich bin mal gespannt wie das so wird wie das so wird bring die Kanone ans Ziel ich find das so cool wenn man die Kanone auf das dieses ähm diesen Podest darstellt das ist einfach cool ich find das richtig geil so hm wir sind unter Zahl hm heißt nix ne ich krieg mal hier eine hin ich seh hier grad gar nix ich bin grad irgendwie konzentriert na ja haben die jetzt beide Roller mit dem Tinten Titan nicht sehr ernst gewinnen wir ganz und klar nicht nö gewinnen wir nicht ey das wär doch mal geil wenn man da hoch geht jetzt hab ich ne Idee die es ist ein Wunder dass ich ne Idee hab dass man ne Tintenmine wo man hoch gehen will hinsetzt oder davor noch ein bisschen das wär doch mal was kein Kill aber was soll man mit zwei Rollern machen die ja so jetzt geht bitte keiner raus dankeschön Herrschaft da könnte man eigentlich gut einen färben aber hm und dann fehlt nur noch Turmkommando hm da sind natürlich die Tintenminen auch sehr gut das kann man dann da schön auf dem Turm hinsetzen und wenn man Glück hat sterben sie aber natürlich wissen die das dass die Airbrush eine Tintenmine hat deswegen kann man das gut abschätzen dass da eine Tintenmine ist ne so Benni will wieder nicht annehmen der kleine böse Bube der kleine böse äh ich glaub im nächsten Part werde ich 1 vs 1 machen muss ich mal schauen das musste ich mal sehen Leute dieser Park schon wieder ach ja ich wollte ja ich bin ja so vergesslich ne glaub ich ich wollte ja eigentlich ich wollte ja eigentlich die Maps auswählen tja was mach ich Zufall so hier lege ich schon eine Tintenmine hin tschüss auch wenn hier oben ist es so geil hier lieb ich auch von oben hier instabom zu schmeißen ach das ist einfach alter da hat wieder jemand einen scheiß Dünner Roller alter LOL die sind beide in meiner instabombe äh ich bin so instabomben vernarrt glaube ich sind beide meine Tintenmine das war nice das war so nice das glaubt ihr nicht wie nice das war das glaubt ihr nicht das war so herrlich so hier lege ich jetzt auch eine hin leck mich man ja was soll ich denn tun haltet den Zähler an Freunde haltet den Zähler an Dankeschön tsch meiii nein ich häng fest ich häng fest ja VTF ich seh hier so gut wie gar nichts ich seh hier nur Farbe und Tod und Gegner und Sniper und äh Verderben und keine Ahnung so weg damit ey sollst du mich verarschen willst du mich verarschen ja ich hab den gesehen alter ja die Klecksbombe ne nico mhm davon sterbe ich nicht du vergiss es alter ey könnt ihr mal sterben gehen äh ich so ja kann über sterben gehen was was tue ich sterben das ist doch toll oder natürlich führen die war ja klar es ist ja so klar gewesen ne meine Güte ich will da hoch ich will ja hoch verdammt oh alter ich will jetzt hier ne Miene hinsetzen ok er hatte dasselbe vor gott könnt ihr mal das da jetzt einfärben so jetzt haben wir mal wieder die Herrschaft mir juckt's mir juckt's man unfair mir juckt's ey ist das euer ernst hey komm einen hit noch und ich hätte den getötet hä wo war nico denn holt die Herrschaft man ich raste gleich aus hier nein vergisst es vergesst es weg damit ich bleib jetzt hier Mann geh doch da hoch Gott wieder weg splitten Idee bist du im kleine Arsch wie der flüchtet ne wie der einfach flüchtet so war ja klar wow wir fehlen nice aber nicht mal lange genau haltet den Zieler schön an boah die Regen auf kannst du bitte sterben gehen ah zu sterben gehen immer werd ich gestört Gott ich will da oben wieder hoch oh hätt ich jetzt hinzerbomben ne könnte ich die so da weghauen aber leider hab ich das nicht könntest du bitte ey wisst ihr was das für mich mal könnt scheiß scheiß Sniper komm ich will ihn überraschen weg so das ist nie ein schönes entferne für euch alle boah ja man das wird was das haben wir gewonnen bitte das wär so geil das wär so nice schaff ich sie noch einmal zu killen nein verdammt Menno das wär so schön gewesen das wär auch zu schön gewesen 70 zu 33 nice das war ne gute Runde das Gegnerteam hat sich auch gut geschlagen das muss man sagen und ich dagegen schlecht ich dagegen so schlecht so wie ihr geht jetzt weg warum sag ich das ok entweder kommt noch einer oder einer geht shadow ist dazu gekommen hi ach komm yay ja ich kann nichts dafür ne ich kann jetzt auch nicht ewig warten das ist nur mal so da kann ich nichts dafür tut mir leid hm hm ich bin ich frage mich grad mit wem ich denn eins versus eins mache das frage ich mich grad jetzt hm das frage ich mich wir haben zwei Sniper wow wow nice Turmkommando hm das könnte was werden denk ich das ist ja auch blöd wenn die zu dritt sind ne so und bist weg das hab ich eigentlich gar nicht so vorgesehen also ja genau übertreib Junge übertreib so kommt da jemand Junge geht weg geht weg neuz jaaa genau tch wie ich das so rutscherspringen und ums töten unser Turm läuft so schon weiter so hm jaa lass sie doch alle mir egal ich geh einfach ne verdammt ich hätte was ich sagen soll so ich will immer sagen ich geh immer hier hin und da geht's ganz schön ab geh weg geh weg alter übertreib Junge hallo jaaa der hat so schön gewartet ne nick 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 das war ziemlich böse das war böse holt den Turm wieder paiumpire im Moment ist öster Moment, das war ein Gegener? crystaller der war so blau angepä 70 Ich dachte, das wäre einer von uns. Deswegen hat mich das gerade irritiert. Der Tod hat nicht gezählt, ja? Ich war unvorbereitet. So, ich lege jetzt in die Mine hin. Ist mir jetzt egal. Genau, bitte gehen die Mine. Ja, gehen die Mine, Mann. Geh doch in die Mine. Geh in die Mine. Ich befehle es dir, dass du in die Mine gehen sollst. Natürlich tun sie es nicht. Ja, bitte. Nice. Hallo, die Tür aufholen. So, ja, ernst? So. Natürlich, den tun die jetzt wieder. Ja, genau, Blutte bleibt auf dem Turm. Warte, ich muss da noch eine Mine hinsetzen, merke ich gerade. So, hier lege ich jetzt eine hin, damit die alles schon sterben. Hallo? Ich sehe hier so gut wie gar nichts. Geh in die Mine. Dein Ernst? Oh, ja, ernst. So, und schon das Inferno. So, da lege ich auch noch mal eine Mine hin. Geh weg, scheiß Turm. Der bringt mich immer um. Hä? Alles gut. Schöne, meine Mine. Yay, wir führen. Geil. Und ich bin dumm. Ich fall hier immer runter. Das war gerade echt dämlich. Aber, hey. Natürlich, hier wieder eine schöne Mine hinsetzen. Mine, hättest du nicht ein bisschen eher später so hochgehen können? Das finde ich nicht so, das finde ich nicht so toll. So. Natürlich hier eine wunderschöne Mine wieder hin. So. Wo sind die Gegner? Da war ein Gegner. Tschüss. Gehst du weg? Gehst du weg? Gehst du weg? War ja klar, ne? Ach, es ist immer so lustig. Es macht immer so viel Fun, ey. So, dann weiß ich ja nie. Was ich auch machen könnte, merke ich gerade. Geh doch da hin. Wieso geht's? Ah, das war eine spannende Runde. Das war sehr nice. Ich würde mal sagen, das war's wieder für diesen Part. Ich stelle mal mit der Abrash war ich so einigermaßen besser als mit Quasto. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. um das vor 덕 Tore hin,